Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Session Traveling Terrorist Style mit Fisk, Julie, Kapuze, Kunran, Maru, Tauro, Payne und Ildams. Hallo. Hallo. Hey. 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 Kann man wieder mit dem fliegen oder? Ich bin der Jäger. Kann man damit fliegen? Oh doch. Er startet mit. Ich bin der Jäger. Oh nein. Ich habe es verpasst. Verdammt. Ich weiß, ich sterbe. Es war einfach. Fliegt der Helikopter. Ich bin raus. 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 Fisk. Nein. Ich renne. Geh weg. Wo ist der Helikopter? Oh Gott. Da fliegt der Helikopter. Was bist du denn für eine klasse Fisk? Ich bin ein Stuntman. Nein. Hattest du nicht gerade eine Haftung in der Hand? Nein. Ich bin der Jäger. Ich bin der Jäger. Wie geil ist das? Wo bin ich denn hier skandert? Ups. Wir brauchen eine Pfanne. Hat er denn eine Pfanne gesehen? Achtung. Der Fisk ist sehr verdächtig. Leute. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde nicht sterben. Vielleicht werde ich doch. Nein. Ich sterbe nicht. Oh nein. Das ist ein Burger. Burger. Ja. Ich fische nicht runter. Da. Okay. Wie bin ich bei Helikopter herkommen? Ah ja. Ja. Deine Gitarie. Wie bist du wieder runtergekommen, Tata? Über den Teleporter. Da du so fragt, nehme ich lieber mal nicht den Heli. Warte mal. Wo bin ich? Ach hier. Stimmt. Das hört sich verdächtig an. Das hört sich an, als wäre der Heli in der Falle. Da, da. Du bist ja. Ich bin Detective, ne? Falls ihr mich hier vernächtigen wollt. Ah ja. Kannst aber trotzdem checken. Ich hab gefragt, wie ihr wieder runtergekommen seid, weil ich auch oben draufgekommen bin. Und nicht den Teleporter benutzt hab. Wie bist du dann raufgekommen? Ich bin hochgesprungen. Also mit Blue Bull oder so? Ja. Ich glaube. Wer ist denn da hier? Das ist ein bisschen hoch. Bisschen hoch. Ich guck dir gerade hoch. Ja. Ein bisschen hoch. Wenn du in den Schwung richtig tanzst, dann geht das. Was ist das Fisk? Ein Dreader-Tash. 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 Ich bin Dreader. Dreader-Tash. 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 Oh Gott. Dard. es gibt doch noch nein das ist eine falle und so fürs nächste mal irgendwas war damit mit boden kannst du ja mich angeschaltet was ist eingeschalten die am und das fenster sind hier oben bei dalu man hat drei leute zusammen rum was war das gerade so ein wuff du bist eine mörderin okay ich wollte dich eigentlich mit erschießen kundrad weil die man jetzt ja ich hab noch gewartet ist halt um die ecke gelaufen musste erst besuchen gehen warum bin ich gestorben wie viele trader war dir ich habe mich in den tod gestürzt und habe währenddessen versucht mit dem ghost okay also weiß es immer noch nicht okay 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 nächste runde das ist ja auch schwer wie viel trader haben wir du gehörst doch gesagt zwei moment es sind aber zwei leute vom server geflogen aber was ich besonders komisch finde deswegen hatten wir nur zwei es fehlen leute aber zwei ist doch normal jetzt ein kleiner detektiv immer drauf war eigentlich haben wir noch runter und dann auch ein jackel ja jackel enthiede ein bild hinkt du bist nicht mehr auf dem server fisk ich kann aber mein trocken es offen machen ich kann aber mein trocken es offen machen ich kann aber mein trocken es offen machen ja aber vertraue mir du bist mir ans was ist da ich heb dir mal ab, Leute adieu hey darf nur jemand anfangen ich überlege doch das hier wohl ich hab's auch geworfen hey man kann drauf leuchten schau mal hey hey momentan guck mal das da oben ist die zeichnung von fordnet von dem was bei diesen was bei bugger ist was bei bugger ist was bei bugger ist das ist die zeichnung da oben warum gibt's hier nix zu machen schreien dann komm her oder warum wo ist der teleporter das ist die zeichnung die bugger ist äh der teleporter hallo der ist in dem gebäude drin da nach unten komm her wenn du böse bist ah ich sehe nein das ist ein traitor test da fucke ich dich aus da kann da ist ein porter es sieht halt böse aus aber da kannst du nicht mehr da hat der russe Leben abgezogen sorry das war dann das ghost knife da guck mal guck mal das da oben ist die zeichnung im bunker ist 100 pro sorry das ist die zeichnung lustigerweise musst du es selbst anleuchten ich glaube das stimmt ja es ist die nur umgedreht leuchte ich das ist die warum tretoe ja wenn ich mir jetzt ich schick dir ein foto ich geh ja hin um mich ich weiß auf jeden fall was du meinst die ja ja die was hinten drauf ist im bunker ja aber ist die das ganz sicher ich schick dir ein foto nein warum dann hätte ich dich schon mal gefangen keine ordnung ist das ein geheimding ist sowas was die map zu fortnite in tdt gebaut hat wow moment ich mache einen kreis hin ich mache einen kreis hin ja hier man muss in tdt den knopf drücken dann geht in fortnite die rakete los ich bin es nicht sonst hätte ich was gemacht die leiter hier nicht hoch jetzt ist das ich bin junkie weg jetzt zuschauermodus ich bin fast gestorben das war das deswegen nicht vorgeschoben okay das war komisch kann man das irgendwie direkt wird einfach deinen sprinten aufschrift setzt warum ist man auch nicht in der mikrowelle gestorben ich habe nur 31 schaden genommen hat hunger gab hunger herren scheinlich weil ich auf die ecke gewesen war oder so ein hunger so ging das nicht es rumpelt es rumpelt das ist das einzig war die verögt die dinge bewegen sich leider nicht der fliegt da kröte 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 hier beim trader hallo ist es ich habe einen trader erschossen und confirm hast du gerade jemanden zum scheinzeiten ja die kommen ich kann dich jetzt doch nicht mehr werden sie wollte eigentlich aufhängen das ist eine tatschule taktik könnte also wieder kundran sein kapuze was machst du hier ist einfach vorbeigelaufen ja guck ich hätte auch geschossen wenn ich es wäre wir haben einen einzigen schuss gehört vorhin also ich skier jetzt mal eben das geschenk ja perfekt julie du hattest den ersten schuss die eskaliert war mein move ok das waren wir haben noch eine explodiert wenn du hast du erschossen also er braucht schuldig warte mal jones ist ist der ding jacquard wir also wir haben jetzt einen neuen jacquard ich möchte mal klarstellen weil ihr mich jetzt alle verdächtigen werdet wenn ich zwei jacquarder sidekick wäre wäre ich nicht auf trader jagd gegangen ich hätte die trader jetzt mal machen lassen kann überhaupt also pain stand die ganze zeit neben mir pain ist nicht zum sidekick geworden kapuze wird mir noch nicht anschießen ich soll kapuze hat maru zum kristos einsticken muss maru sein der kapuze nicht mehr gesehen für mich ist es maru oder tautor maru oder tautor könnte ich mir das machen also kapuze würde ich nicht mehr oh scheiße du würdest den nicht so einfach rausholen was hast du dann der handtautor schneeball bin elf wow bin runter gefangen äh wind was war da oben ist ja ich war zu spät ich weiß bis es noch aufgefallen hier wo kam der wind denn her ich hatte glück das wird klar ich dachte mir shit das war ein bisschen spät ja das war ein bisschen spät aber ich war ich glaube ich war ich war glaube ich verärgert ich wollte gar nicht so oh die ist es so einfach ich wollte ich beleidigen ich wollte deinen namen nicht verraten ja ich wollte dich nur beleidigen ich wollte anfressen ich wollte anfressen ich wollte anfressen ich wollte anfressen ich bin zu spät maru könntest du nicht mit der abode vor mir rumlaufen hier hallo der priester das versuchen wir rauszufinden das ist der fall was hast du für ne klasse ja warum hey warum machen wir nicht einfach den hier warte dann verwandeln dich bitte hier den hier warum ja weißt du doch bist du bist er ist wirklich toll ich bin ich bin marus jäger haha pain ist agent was agent bin ich nee tautos agent so das ist tautos gewesen ich dachte pain stand eben neben mir hier ja ich dachte das wäre was ist fehlen fisch was bist du was klasse ja kopfkollege deswegen habe ich die golden diegel in der hand ok ja aber gut das kann man faken das kann man faken ja man sieht sie pain kommt leute soll ich wieder gehen was bist du für ne klasse pain ich bin moment ich bin nicht pain weil du vor mir stand dann springt man irgendwo ganz weit tief runter ja aber pain ging runter ist mit moment ah lol das ist nicht kunder gewesen du bist tautos dann knall ich tautos ab was ein diegelschuss oben ja ich hab's gehört lalo kann es nicht gewesen sein moment ich glaube der diegelschuss war aber ein headshot warum ich der diegelshot war ein headshot glaube ich an Fisk warum ich es pain da ist der worm warum aber ich weil du Fisk erschossen hast ich hab ein l ich hab ein l ich kann mich bewähren wir haben ein shuriken da ist roto ich hab gerade kaputt warte kundern hauen ey pain ist es das ist tau tau dann ja das äh er war's er ist aber nicht geplatzt das ist ein schlechtes zeichen ja die tau tau platzieren immer ja es ist doch pain es ist pain es ist pain nicht ich ich hab auf pain geschossen das ist kein fenster auf der seite mhm ja pain ja 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 ich leb noch ja ich das war halt total doof jetzt wow der tau zu dem tau ist der bobo nicht der der ins loch rennt armer terrasse ist nicht getroffen ah alles leer fußball ich treff nicht warte kurz spiel stopp ich muss das spiel glauben warte kurz da ist noch ne scheibe ah natürlich triffst du ihn direkt auch nein beim nächsten mal lass die calls wichtiger sein als dein vortrag ja er wollte ja ablenken weil er traitor ist ja bei mir ist something er wollte tausend stunden erklären was das ist damit er ablenkt damit er davon ablenkt dass da du traitor ist ja genauso wie er pain hat gesprochen und erklärt mal tausendmal warum du dich bekinderst ja weil er traitor ist also wenn pain versucht irgendwas zu erklären schieß ihn einfach ja ganz einfach doch und bürger neben arbeitsplatz ich meine da oben ist ein keypad unter dem äh ja hab ich schon gesehen konnte damit aber nichts machen julienne ist verbrannt was ist was wie ist das passiert ja jetzt weiß ich auch ich wusste vor allem dass da los war woher das du hattest keine waffe in dem moment ich weiß nicht ob du falsch gewechselt hast oder so ich hatte auch bis zwei drei leute tot war noch keine gefunden also ich hatte auch noch gar keine gehabt mein einziger war armer terrasse nein ich hatte jetzt auch oh shit ähm kaputzu das hat mich gelegt ich bin elf ich hab ich daneben ich binzweck Da mach ich's halt auch. Oh, okay. Hast du das Blues nehmen? Whatever. Tschüss. Tau Tau ist es. Schade Kapuze. Aber Kapuze, das hat doch eigentlich keiner mitbekommen. Du hättest ja nicht so selbst umbringen müssen. Kapuze wollte mich zum Sidekick schießen, hat's nicht geschafft und hat sich danach selbst umgebracht. Also ich hätte mitgespielt. Jetzt rennt zwei Dalus rum. Der, der keinen Sniper hat, den darfst du erschießen. So, wen haben wir denn jetzt? Ich bin's. Bei mir ist ja nie, oder? Nö. Ah, jetzt gibt's zwei Dalus. Fisk, die nicht nur was für dich. Nö. Ich bin, glaub ich, langsam alleine gegen Traitor, oder? Fisk, Maru. Einer, Fisk oder Maru. Moment, es ist nur, beide sind's. Ne, wir sind nur zwei Traitor. Einer von euch muss aber sein. Du bist ja richtig rum, hier. Irgendwo ist hier. Hier um mich drum rum. Scheiße. Einer von euch beinest, der Übel. Hey, da machst du nicht sichtbar, knall ich dich ab. Deswegen bleib unsichtbar. Was ist das doch Maru? Ding, bitte. Nein, ne Falle da oben ist ne Falle. Dann wirst du hochlocken für die Falle. Wieso bin ich jetzt eigentlich Traitor geworden von euch? Du und du sind. Dann wirst du eigentlich Roller kommen, wenn wir mal duelieren holen. Wirf ne Disco hoch. Wirst du Alus nicht? Weil ich Tautau erschossen hab. Kapuz hat sich selbst umgebracht, war ein Dschakal. Okay, na dann mach ich Tautau. Dann mach ich da hier auch weg. Weck. Oh, oh, schade. Oh, schade. Oh, weg die Hüften. Kudran, was war das für deinem Shit grade? Ach, Leute, wenn euch... Du hast auf die Falle geguckt. Wenn euch der Part gefallen lasst, like, schau mal vorbei. Ich wusste nicht, dass das deine Falle ist. Bis dann und ciao. Ciao. Bis dann.